Hallo liebe Argenfreaks, ich werde jetzt hier drei Wochen lang an der Doiler in Kempen, das liegt so ein bisschen westlich von Essen und ein bisschen oberhalb von Köln, werde ich eine Greenkeeper-Ausbildung machen. Drei Wochen, das ist der Grundkurs, der erste von mehreren Kursen. Der A-Kurs werde ich hier, das Greenkeeper-Handwerk lernen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ihr seid dabei, ich werde hier in Form eines Videologs berichten, was ich hier so lerne. Montag, Montag ist der 31. Januar, Montag geht es los um 8.45 Uhr, starten wir hier mit der Greenkeeper-Ausbildung. Und ich bin mega aufgeregt, ich bin echt gespannt, was mich da erwartet, wie viel Neues ich vor allen Dingen lernen werde. Ich freue mich richtig darauf und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was Spannendes berichten hier von der Ausbildung. Guten Morgen, lieber Raumfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Wir sind, ihr könnt es kaum glauben, wir sind hier bei der Doiler in Kempen. Und ich werde heute Morgen meine Greenkeeper-Ausbildung anfangen. Ja, wie cool ist das denn? Und ich werde euch mitnehmen auf diese Ausbildung. Ich werde euch erzählen, was hier so abgeht. Und ja, und jetzt geht es hier gleich ab. Da sind schon meine Kollegen. Okay, bis gleich. So, ich habe hier den ersten Tag hinter mir. Ich bin fix und alle. Es war richtig anstrengend, wieder die Schulbank zu drücken. Also, um es jetzt sparen, sondern immer so aufzupassen. Nach so einer allgemeinen Einweisung in hier das Gelände, in die ganzen natürlich Corona-Regeln und Sicherheitsvorschriften. Und die ganzen Abläufe, den Tagesablauf, haben wir mit der Maschinentechnik angefangen. Also, wir sind gleich in die Maschinenhalle rein und da standen sie alle. Die ganzen Kohlen, Spindelmäher, die ganzen Triplex, Greensmäher und Ferbemäher. Ich habe mir ja gleich mal das erste Mal ausgerastet. Dann haben wir hier sehr, sehr ausführlich über Antriebstechnik, über Motoren gesprochen am ersten Tag. Haben uns auch ein bisschen schon die Maschinen angeschaut. Ein bisschen über Schneidtechnik, Schnitthöhe zu Schnittabstand, muss gleich sein. Also, die ganzen Dinge, die ich auch schon euch teilweise erzählt habe, sind hier schon wieder dran gekommen. Natürlich in kompakter Form. Es sind insgesamt 20 Teilnehmer in diesem Kurs, aufgeteilt in zwei Gruppen. Zehn machen jetzt erstmal Golfplatz-Maschinentechnik. Das heißt, ganz genau, wie heißt das ganz genau? Das heißt ganz genau. Es gibt so echt schöne Unterlagen. Und das erste, was wir bekommen haben, das erste, was wir bekommen haben, ist dieses Buch. Jetzt wisst ihr, wie es schreibt. Handbuchrasen, das ist das Buch, was man bei der Greenkeeper-Ausbildung zuerst in die Hand gedrückt bekommt. Ja, Geräte zur professionellen Rasenpflege, Antriebstechnik für Maschinen und Geräte. Darum geht es bis Mittwoch. Und dann wechseln wir am Mittwoch. Und dann geht es um die Bodenbearbeitungsmaschinen. Das finde ich ja noch viel spannender, weil ich mich ja nicht ganz so gut auskenne. Und ja, man darf dann auch schon mal die eine oder andere Frage beantworten, die ich auch nicht richtig beantworten konnte. Klar, aber ich weiß auch nicht alles. Deswegen sitze ich ja hier. Das ist sehr spannend. Das ist genau das, was ich cool finde und was mich interessiert. In den nächsten zwei Wochen geht es dann weiter mit Teambildung. Also mit Kommunikation in Teams, mit Konflikten in Teams. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Greenkeeper arbeiten in Teams zusammen. Und da muss es natürlich funktionieren. Und da muss man eben auch wissen, wie man miteinander umgeht. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, dann haben wir nächste Woche das Thema botanische Grundlagen. Da wird ja richtig schlecht aussehen. Und Bautechnik von, also Bodenkunde, Bautechnik von, ja wahrscheinlich vor allem Golfplätzen, Greens. Wird sehr spannend. Und dann die Anforderungen, die an so eine Greenkeeper gestellt werden, auch sehr cool. Und dann in der dritten Woche geht es um Rasenflächen im Allgemeinen, um die Gräser, Gräserfrüchte. So wird es hier genannt. Gräserarten und Gräserbestimmung. Da wird es richtig, richtig, richtig cool, glaube ich. Weil das wird richtig neu werden für mich. Und dann nochmal ein bisschen so ein Überblick zum Thema Rasenpflege. Was erwartet der Kunde? Das sind Greenkeeper. Die Kunden sind die Golfspieler. Und die haben eine Erwartungshaltung an die Rasenfläche der Golfplätze. Und darum geht es dann zum Schluss. Ja, dann sind es schon die drei Wochen oben. Ja, ihr werdet sehen. Bleibt dran. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.